Als Gesteinskörnung werden im Bauwesen natürliche und künstliche Gesteinskörner bezeichnet. Sie stammen entweder aus natürlichen Lagerstätten oder fallen bei der Wiederverwertung von Baustoffen oder als industrielles Nebenerzeugnis an. Die Gesteine liegen entweder als Rundkorn oder in gebrochener Form vor. Weitere Bezeichnungen sind Betonzuschlag, Mineralstoffgemisch, Mineralgemisch oder Mineralstoff, die nicht mehr in den Normen verwendet werden. Besonders der allgemeinere Begriff Zuschlag wird noch synonym verwendet. Die Gesteinskörnung wird zusammen mit einem Bindemittel und Zugabewasser zu Beton und Mörtel verarbeitet. Verbindet man die Gesteinskörnung mit Bitumen, kann Asphalt hergestellt werden. Um die geforderten Eigenschaften des Baustoffs zu erhalten, sind die Gesteinskörnungen entsprechend zusammenzustellen. Verwendung Gesteinskörnung dient der Herstellung von Asphalt, Beton, Mörtel, hydraulisch gebundenen und ungebundenen Baustoffgemischen sowie der Oberflächenbehandlung Die Anforderung an Gesteinskörnungen werden unter anderem in der DIN 18196 Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke und den technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnung im Straßenbau TL-Gestein-STB-Ausgabe 2004 definiert Die DIN 4226 Zuschlag für Beton ist durch die neue europäische Norm und 12620 Gesteinskörnungen für Beton ersetzt. Anforderungen Gesteinskörnungen müssen ausreichend verwitterungsbeständig sein und dürfen nur in geringen Mengen Bestandteile enthalten, die Quellen zerfallen, sich lösen oder chemisch umsetzen können. Diese Eigenschaft wird auch als Raumbeständigkeit bezeichnet. Gesteinskörnungen dürfen nicht verunreinigt sein und keine schädlichen Mengen an Metallen oder Kunststoffen enthalten sowie keine Stoffe organischen, Ursprungs, wie Holz- oder Pflanzenreste. Beim Gewinnen, Aufbereiten und Lagern von Gesteinskörnungen ist darauf zu achten, dass diese ihre Eigenschaften behalten und die gestellten Anforderungen weiterhin erfüllen können. Das Regelwerk TL-Gestein-STB beschreibt eine Vielzahl von weiteren Anforderungen an die Gesteinskörnung wie Z, B, Rohdichte, Schüttdichte, Widerstand gegen Zertrümmerung, gegen Oberflächenabrieb, gegen Verschleiß, Frostwiderstand, Reaktion auf Alkalikieselsäure, ETC, natürliche Gesteinskörnung. Natürliche Gesteinskörnungen bestehen aus mineralischem Vorkommen, das ausschließlich mechanisch aufbereitet wurde. Hierzu zählen die ungebrochenen Kiese und Sand sowie Schotter, Splitte, Brechsande und Felsgesteine. Aufbereitung Felsgestein wird im Steinbruch gewonnen und mit Hilfe von Brechern zu einem Korngemisch verarbeitet. Anschließend separieren Siebe und andere Trenneinrichtungen die einzelnen Körnungsklassen. Kies und Sande werden in Kiesgruben gewonnen und ebenfalls durch Siebe in einzelne Körnungsklassen getrennt. Kiese größer als 32 mm werden zum Teil mit Brechern zerkleinert, wodurch Splitte und Brechsande entstehen. Während der Aufbereitung werden die Gesteine auch gewaschen, um sie von Verschmutzungen und organischen oder bindigen Bestandteilen zu reinigen. Künstliche Gesteinskörnung Industriell hergestellte Gesteinskörnungen sind mineralischen Ursprungs, die industriell hergestellt werden, unter Einfluss von thermischen oder sonstigen Prozessen. Folgende Gesteinskörnungen stammen aus industriellen Nebenerzeugnissen Hochofenstückschlacke Hüttensand Stahlwerksschlacke Schlacke aus der Kupfererzeugung Gießerei-Kupolofenschlacke Steinkohlenflugasche Schmelzkammergranulat Kesselasche aus Steinkohlenfeuerung Gießerei-Astsand Hausmüllverbrennungsasche Recyklierte Gesteinskörnungen entstehen durch die Aufbereitung an organischen Materials, das zuvor als Baustoff eingesetzt war. Hierzu zählen ausgebaute, aufbereitete und wieder eingebaute Asphalte und Betone, nicht mehr auf dem Markt es Thermosid. Man findet es allerdings noch bei Renovierungen. Gesteinskörnung für Beton Unter Gesteinskörnung für Beton versteht man ein Gemenge gebrochener oder ungebrochener, gleich oder verschieden großer Körner aus natürlichen oder künstlichen Mineralien. In Sonderfällen auch aus Metall oder organischen Stoffen, sie müssen frei von Verunreinigungen und schädlichen Bestandteilen sein. Die Eigenschaften des Betonzuschlags sind abhängig von der Art und der Beschaffenheit des Gesteins, aus denen der Zuschlag besteht. Dieser muss aber so fest sein, dass er die Herstellung eines Betons der erforderlichen Festigkeit ermöglicht. Normalzuschlag Zuschläge mit einer Rohdichte von 2200 bis werden als Normalzuschläge bezeichnet. Für diese verwendet man vorwiegend natürliche Zuschlagstoffe wie den kugeligen und glatten Sand und Kies aus Flussablagerungen und Morin. Daneben gibt es aus Steinbrüchen gebrochenen Zuschlag wie Schotter, Splitt, Brech, Sand und Füller. Aber auch künstliche Zuschlagstoffe wie Hochofenschlacke, Klinkerbruch und recycelter Betonsplitt sind möglich. Leichtzuschlag Zuschläge mit einer Rohdichte von weniger als werden als Leichtzuschläge bezeichnet und bei Leichtbeton eingesetzt. Als natürliche Zuschlagstoffe verwendet man dabei Z, B, Bims, Lava, Sand, Lavakis und Kieselgur sowie als künstliche Zuschläge Z, B, Blech, Schiefer, Bläten und Hüttenbims. Schwerzuschlag Zuschläge mit einer Rohdichte größer als werden als Schwerzuschläge bezeichnet und bei Schwerbeton eingesetzt. Als natürliche Zuschlagstoffe verwendet man dabei Z, B, Schwerspart, Magnetit, Hematit und Limonit sowie als künstliche Zuschläge Z, B, Schrott und Schwermetallschlacken. Die Kornzusammensetzung des Betonzuschlags bestimmt die Dichte und den Wasseranspruch einer Betonmischung, der für eine ausreichende Verarbeitbarkeit erforderlich ist. Die Kornzusammensetzung der Gesteinskörnungen wird durch Siebversuche mit Prüfsieben bestimmt und mit Sieblinien dargestellt, welche den Anteil des Zuschlages in Gewichtsprozenten zeigen, der kleiner als die zugehörige Korngröße ist. Der Zuschlag kann einer stetigen oder einer unstetigen Sieblinie folgen. Für eine gute Verarbeitbarkeit ist es erstrebenswert die Korngrößen so zusammenzusetzen, dass ihre Sieblinie als Grob- oder Mittelkörnung im günstigen Bereich 3 zwischen den Linien A und B liegen. Mit unstetigen Sieblinien U ist eine besonders dichte Packung der Zuschlagskörner möglich und somit eine größere Dichte erzielbar. Als Größtkorn ist 8, 16, 32 oder 63 mm üblich. Es sollte so groß wie möglich gewählt werden, da sich so aufgrund des geringeren Wasseranspruchs die Zementzugabe vermindern lässt. Das Größtkorn ist aber durch konstruktive Randbedingungen wie Bauteilabmessungen und Bewährungsdichte begrenzt. Die Betonzuschlagstoffe bis 0,125 mm bilden zusammen mit dem Zement den Mehlkorngehalt und beeinflussen somit die Verarbeitbarkeit. Gesteinskörnung für Asphalt Im Straßenbau werden Gesteinskörnungen für den Bau von Asphaltstraßen verwendet. Asphalt besteht aus Mineralstoffen und Bitumen als Bindemittel, werden Art oder Menge dieser Komponenten verändert, bekommt der Asphalt unterschiedliche Eigenschaften und kann so den geforderten Bedingungen angepasst werden. Anforderungen Bei der Wahl der Gesteinskörnung sind zu berücksichtigen. Festigkeit Affinität gegenüber Bindemittel Polieres Distanz Farbe Örtliche Verfügbarkeit Transportkosten Verwendung Kiese und Sande werden für Asphalttragschichten und Asphalttragdeckschichten verwendet. Edelsplitte und Edelsande werden verwendet für Asphaltbinderschichten und Asphaltdeckschichten. Normen und Standards An 12.620 Gesteinskörnungen für Beton An 13.043 Gesteinskörnungen für Asphalt- und Oberflächenbehandlung für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen An 13.242 Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau An 13.139 Gesteinskörnung für Mörtel An 13.450 Gesteinskörnungen für Gleisschotter sowie deren jeweilige nationale Übernahmen DIN 18.196 ERD und Grundbau Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke DIN 4226 Zuschlag für Beton ist durch die O.G.ON ersetzt außer DIN 4226-100 zu 2002 Gesteinskörnungen für Beton und Mörtel Teil 100 Recyklierte Gesteinskörnungen Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau Ausgabe 2004 TL Gestein STB Herausgeber FGSV Verlag Köln setzt die folgenden europäischen Normen in Deutschland um Merkblatt über die Wiederverwertung von mineralischen Baustoffen als Recycling-Baustoffe im Straßenbau Merkblatt über die Verwendung von Hausmüllverbrennungshasche im Straßenbau AmMike 这是 Am 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 worthless